Halli, hallo und Tilly zusammen und willkommen zu einer neuen Hunde hier in Hogwarts Legacy. Ich bin noch immer mit Sebastian unterwegs. Letztes Mal haben wir zusammen den Imperio-Fluch gelernt und zwar hier in diesen Katakomben. Und ich dachte wir wären fertig und jetzt habe ich mich gerade ein bisschen von ihm wegbewegt und dann geht auf einmal dieser Tück-Tück-Timer los. Und nee, wir sind noch nicht fertig. Also ich muss ihn tatsächlich noch Händchen halten nach Felcroft zurückbringen. Aber gut, auf dem Weg ein paar Kobolde geschnetzelt war auch schön. Oh, was ist denn hier passiert? Äh, das sieht aber übel aus. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Aber echt? Siehst du doch wohl. Da werden wir weg. Wer hat ein Felcroft? Es wird angegriffen. Beeilung. Ich war doch nicht mit Plündern fertig. Oder doch? Weiß ich nicht. Das sensor. Gitarren! Gitarren! Das war's für heute. 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 Aber vor Ann's Augen war das vielleicht nicht so cool, ne? Das war's für heute. Kann ich mit ihm reden? Sachen liegen, Münzen oder sowas, ey, das war echt eine arme Schluckerwande, ja? Also nichts hier hinterlassen. Was war das? Das war's für heute. Was? Okay. Was dachte er sich nur? Du benutzt keine schwarze Magie. Du benutzt keine schwarze Magie, nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du hast doch recht gegeben. Du bist genau so schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Okay. Ich hab dem doch recht gegeben. Warum, Sebastian? Warum ist der so unfassbar gemein? Ich hab dem doch voll recht gegeben. Aber das musste so enden, ja? Ich musste einfach von dem Kasala kriegen. Super. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Ich fand den eben noch cool. Jetzt nicht mehr. Jetzt find ich den irgendwie doof. Macht der mich hier voll für verantwortlich. Obwohl ich dem auch noch recht geb. Also sowas. Sachen gibts. Gut. Mal gucken, was wir jetzt machen. Also von dem hab ich jetzt erstmal ein bisschen die Schnauze voll, würde ich sagen. Könnten mal mit Nettys Mutter reden. Vielleicht. Oder mit Poppy. Oh ja. Die drei Besen. Mit Poppy. Da hab ich Bock drauf. Die drei Besen. Boah, wir haben schon 68% gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich das so lese, ey. Das muss halt auch mal sein. So, dann ab zu Poppy. Das ist auch so ein geiler Name. Poppy. Aber wir haben ihn der letztesten Drachen gerettet. Und noch in letzter Sekunde, Gott sei Dank, hat er sich umentschieden uns nicht zu verspeisen und zu verbrennen. Weil er vom Himmel abgelenkt war. Da wollte er dann doch lieber hin. Weil er so lange gefangen war. Der sah auch echt mitgenommen aus. Und jetzt mit Poppy überlegen, wie es weitergehen soll. Hier drüben. Wir haben wenigstens mal einen coolen Sitzplatz organisieren können. Aber wir können uns ja leider eh nicht hinsetzen. Das wäre so cool, wenn sich einfach mal hier so hinsetzen zu können. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen. Sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wilderer-Lager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Feig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Ach ja, ich habe ja noch das Drachenei. Stimmt. Wir sollten nachher sehen, haben wir nicht genug Füße getan. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist der hinter dir her? Das muss ich gerade nicht sagen. Wir haben jetzt sowieso schon so vielen Leuten was gesagt. Und die ist echt so treu doof. Ich glaube, da können wir das sagen. Rookwood arbeitet mit Renrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin führte. Lange Geschichte, aber Fig bat mich sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte, das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Dann machen wir das doch mal, oder? Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Achso, das ist alles. Wir reden nur und du machst den Rest. Okay. Dann melde dich, wenn du so weit bist. Dann machen wir etwas anderes in der Zeit. Mann. Schade. Ich dachte, wir können jetzt wieder irgendwie zu einem Drachen oder so. Oh ja, diesen Schlüssel im Astronomie-Turm, den wollte ich sowieso letztes Mal schon noch innen. Also was machen? Das können wir jetzt mal machen. Astronomie-Flügel. Ich schwätze mal hier. So. Ein deidalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Wo ist er hin? Boah, das war jetzt viel zu schnell. Ist jetzt nach unten geflogen wieder. Ja? Leck mich doch am Arsch. Tatsächlich. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Wie geil! Okay. Da muss ich aber schnell sein, was? Wunderbar. Krass. Das ist eine witzige... Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Das ist eine witzige Sache. Ähm, ich habe hier noch mehr von diesen Dingern gesehen. Im Schloss. Wusste aber nie, was aus dieser Schränke, was es damit auf sich hat. Mit Allomora ging's nicht. Und war schon echt am Rätseln, wozu das da ist. Warum der Wünsche? Ja, nun ist es immer schlauer. Also jetzt muss ich die Augen aufhalten, ob da jetzt so ein Schlüssel herumflattert, wenn ich wieder so einen Schrank sehe. Galleonen und die Uniform eines Historikers. Oh, diese alten Schatzkarten. Das ist hier vielleicht auch so ein Schrank. So Blitze aus. Wer ist das denn? Professor Ronan? Ah ne, der ist immer so auf, äh... auf Smalltalk aus. Der ist total super nett. Schon etwas zu nett. Aber irgendwie finde ich den auch knuffelig. Also der hat was. Ich glaube das ist so ein Lehrer, den man sich wirklich, äh... als Schüler, egal wo man ist, gewünscht hätte. So. Immer positiv. Voll nett. Will, dass die Leute Spaß haben. Das ist schon irgendwie nett alles. Und wo ist denn jetzt Nettie? Rädchen. Nettie, wo bist du? Nettie, wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Das war immer irgendwie hier ums Eck. Jetzt gucken wir mal an die Schränke. Gott, wo ist die dann? Da hinten. Konntest du einem der deidalischen Schlüssel folgen? Konnt ich. Hallo Nellie. Ich konnte einen deidalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Nellie, ist Nettie. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art, von der Dahl-Kloss, die Schrocken, die Schrocken, die Schrocken... merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja ab. Jetzt bin ich aber neugierig. Wo war das noch gleich? Ich glaube, große Halle? Ne, große Treppe. Genau. Ich bin ja so selten da im Gemeinschaftsraum. Wozu auch? Da kann man ja eh nichts eigentlich machen. Man hat ja seinen Raum der Wünsche und ja. Ich kann ja nicht auf eine Bank hier setzen. Ist das da? Ich sollte das erledigen und die Ravenclaw Haustruhe finden. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Aber hallo. Aber jetzt verstehe ich endlich, was es damit auf sich hat. Okay. Sind wir auch schon mal da, war schlauer. Und das Einste, was ich hier machen kann, ist mich durchfuttert. Gelegentlich kann ich mal mit jemandem reden oder hier so ein Ding bewegen. Aber mit den Reden kann ich leider auch nicht mehr. Ich habe glaube ich schon alle anquatscht hier. Deswegen eigentlich schade, dass man hier nicht mehr mit Möbeln oder sowas interagieren kann. Das wäre eigentlich ganz cool. So. Zeigt er mir jetzt noch, wo die anderen sind oder muss ich die jetzt random einfach irgendwo finden? Ich muss jetzt einfach gucken, wo diese Schränke sind, ne? Warte mal. Wir gehen mal zu der Treppe. Ich glaube hier irgendwo war das vielleicht. Irgendwo war noch so ein Ding. Also ich bin ja auch schon an zig vorbeigelaufen. Auf jeden Fall. Aber ich meine irgendwo hier in der Nähe von der Bibliothek. Oder vielleicht irre ich mich auch. Das ist so groß. Oh Gott, das ist so riesig. Oh. Ich glaube ich war noch nie hier und habe hier andere Schüler gesehen, wenn ich immer nachts hier irgendwie nur umschläche. Aber ich wollte ja auch gar nicht in die Bibliothek. Ich wollte davor. Aber hier ist tatsächlich so ein Ding. So. Wo ist jetzt der Schlüssel? Wo könnte er sein? Rebellion. Wo ist dieser komische Schlüssel? Hm. Lame. Wo ist der? Okay, ich weiß noch nicht, wie ich es geschafft habe, dass der zum Vorschein kommt. Aber vielleicht gibt es auch eine Reihenfolge, in der man die finden muss. Obwohl das wäre natürlich ein bisschen eich doof. Ah, wo ist denn dieser Schlüssel? Was haben wir denn da? Rebellion. Buch? Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Boah. Fiese Möp. Okay. Das war aber gar nicht hoch. Das war wahrscheinlich durch eine Wand ruhig. Hoppala. Dann randert die hier erstmal wieder schön. Dann ist auch noch eine Truhe. Oh Gott, ich finde hier immer irgendwas und wenn ich dann runterlaufe, sehe ich es nicht mehr. Rebellion. Was ist hier hinter? Neuigkeiten über den Verbleib unserer hybriden Freundin und wohin wie ihr. Du weißt schon was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Das ein. Oh, hier darf ich gar nicht sein. Das ist die Verbotenabteilung, glaube ich. Aber mir egal. Ich mache hier sowieso Dinge, die ich nicht darf. Nachts rumlaufen, Leute töten, ausrauben, plündern. Das ist schon kein, das ist schon echt, was ich hier so alles für kleine Verbrechen begebe. Okay. Gut. Dann von Nelly, jetzt habe ich es richtig gesagt, zu Nettie, würde ich sagen. Zu Besokomuri. Bin ich mal gespannt, was wir da machen. Okay, es ist auch nicht so weit. Jetzt können wir tatsächlich mal zu Fuß gehen auch. Ich meine, wir gehen sowieso die ganze Zeit heute zu Fuß. Nein, das mache ich nicht immer. Also manchmal ist es so, äh, weil es so verwirren groß hier ist. Für gute Zeit. Wie bespiel ich das Beste weit und breit. Ich weiß, dass ich ihn nicht treffen kann, aber trotzdem. Ich würde ihn so gerne mit einem Unverzeichnen fluchen. Das ist so frustrierend. So, jetzt gucken wir mal. Hast du einen Ausarrest bekommen? Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe und sie hat Recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf weiteres fern bleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann deine Freundin dich ja zur Vernunft bringen. Was? Ich tifte dir doch erst zu all dem Scheiß an. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Oh, Animaga, das ist so cool. Ich will auch eine Animaga sein. Ich will auch eine Animaga sein. Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Später wird das wohl gemacht, aber man muss sich dann irgendwie registrieren lassen und das macht nicht jeder. Kannst du auswählen, welche Gestalt dein Animagus annimmt? Nein. Die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Zweifacher Herzschlag ist bestimmt krass. Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob. Ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie genau dann recht. Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Renrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Und wer hört denn schon dauernd auf seine Eltern? Wie, kein Wumm? Nein, nichts? Okay. Mein Vater hat noch ein Geräusch. Was war das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was war das? Ein komisches Geräusch. Ich will den Schlüssel. Ich bin hier schon an zig Schränken vorbeigelaufen. Genau hier war das nämlich. Ich meine doch, wie wäre hier an der Bibliothek noch einer? Das war nämlich der hier. Aber keine Ahnung, woher ich ihn kriege. Vielleicht wisst ihr da was. Dann könnt ihr mir da was in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und auch wenn ich für heute einen Daumen nach oben von euch bekomme. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch gerne mal auch dienstags in meinen Hogwarts Legacy Livestream rein. Abonniert gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, wie es hier weitergehen wird. Und schaut doch gerne mal in meine anderen Videos. Ob da was bei ist, was euch gefällt. Demnächst kommt Smallland raus. Ich freue mich schon mit dem Ashman zusammen das zu spielen. Schaut doch da gerne dann mal rein. Und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Abend. Bedanke mich fürs Zusehen und sag mal bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.